Musik Glück im Unglück hatten am frühen Samstagmorgen einige Anwohner der Friedrichstraße in Siegen. Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein 10 Meter hoher Baum abgeknickt und quer auf die Straße gefallen. Obwohl zahlreiche Fahrzeuge in dem Bereich geparkt waren, krachte der Baum lediglich auf ein Auto. Glücklicherweise entstand dadurch nur ein geringer Sach- und kein Personenschaden. Die alarmierte Feuerwehr zerschnitt zunächst den Baum, konnte ihn aber aufgrund der Größe nicht vollständig entfernen. Hierfür war eine Fachfirma mit schwerem Gerät notwendig. Musik